Ja meine Freunde, das Muttersport ist ein wundervolles und herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar müssen wir über den gestrigen Niederlande Grand Prix reden. Für mich eines der langweiligsten Rennen überhaupt, wenn man sich so aus dem Ganzen anguckt. Aber wenn man so Runde für Runde ein bisschen durchliest, ist schon einiges passiert auf der Strecke. Nicht viel Crashartiges, nicht viel Überholungen über, aber so an Strategischen gab es vieles, über das man eigentlich reden kann. Und deswegen, ja, fangen wir natürlich mal beim Start an. Lights Out, Verstappen, mega gut weggekommen, aber eigentlich alles so weggekommen, wie sie gestartet sind. Bis weiter hinten, Platz 8, 9, Alonso Ocon. Alonso hat Platz gewechselt mit Ocon, der es dann nach vorne gezogen hat. Auch Giovinazzi überholt, hat sich den siebten Platz mal gesichert und den eigentlich auch vehement das ganze Rennen lang gesichert. Und das war echt eine mega Leistung von dem Spanier. Ich bin natürlich auch ein Riesenfan, aber er ist auch mega gut. Kann man nicht nichts sagen. Dann gehen wir in Runde 3. Es raucht aus Ricardos Heck. Man dachte zuerst, es wird ein angehender Mutterschaden. Auch Gasly, nein, zu Not, ich weiß nicht genau, wer hinter ihm war. Er hat auf jeden Fall gesagt, ich glaube, es war zu Nota. Oder, ja, ich glaube, ich denke, es war zu Nota. Der hat nämlich gesagt, da kommt Öl, da schießt Öl raus und so weiter. Aber es war dann anscheinend nur irgendein kleiner Defekt. Er konnte bis zum Schluss dann durchfahren und sogar wertvolle Punkte holen, glaube ich. Ich glaube, er ist hinter geworden. Dann natürlich Red Bull einfach eine Macht in Runde 5. Also, der hat da vorher noch, keine Ahnung, Maxima, die Königin von den Niederlanden und keine Ahnung, Harkon und wie die ganzen heißt. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Den König der Niederlande und seine Frau getroffen. Alles, der ganze Trubel, alle Leute und so weiter hat die nichts ausgemacht. Und Red Bull hat einfach das perfekte Paket aktuell. Aber es war ziemlich auf Augenhöhe, würde ich sagen, mit Mercedes. Halt nur eine Strecke, wo man nicht überholen kann. Und halt auch der Dirty Air-Effekt einfach dreimal so groß ist wie auf anderen Strecken. Dann springen wir weiter in Runde 10. Einen harten Verbremser hat dann leider Pierres, der eh schon ohnehin aus der Box starten musste, weil sie gleich mal den vierten Motor eingebaut haben, weil er sowieso gestern im Golfing in Q2 ausgeschieden ist, weil er zu langsam war. Haben sie sich gedacht, also am Samstag, sorry. Haben sie sich gedacht, wir hauen gleich die Power-Unit rein und starten aus der Boxengasse. Hat sich auf jeden Fall als sehr, sehr gute Idee herausgestellt. Nur halt leider, ja, wie er Marzipin überholen wollte, hat er sich in den Bremsplatten gefahren und musste dann nochmal reinkommen. Runde 14, wir gehen rein. Das erste richtige Überholmenöver, wirklich. In Runde 14, Latifi, der Marzipin in Kurve 1 überholt hat. Ihr habt auch immer hier wieder die Bilder, SEC. Dann 19, der Einzige wirklich, der Rennen gefahren ist, muss ich sagen, war Sergio Perez an diesem Tag, gestern. Der hat sich da vorgekämpft. Runde 16 an Marzipin vorbei, natürlich nach den Boxen. Runde 19, dann an Latifi vorbei. Er ist ein Run, zack, 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 zack. Und das ist halt ein Wahnsinn, dieser Junge. Der hat auf jeden Fall eine gute Bewertung. Also er hat eh schon den Vertrag, aber trotzdem. Die wissen jetzt, wofür sie den bezahlt haben. Auch wenn er im Corleafank ein bisschen shit war, war das echt gestern die Revanche. Das hat er mega gut gemacht. Runde 21, Hamilton versucht einen Undercut zu... Man war schon leicht verzweifelt bei Mercedes, hat mir den reingeholt, den 21, einen Undercut. Verstappen hat natürlich reagieren müssen, ist auch reingekommen. Nur Blödheit, dass der Boxenstopp von Verstappen eine Sekunde schon alleine schneller war. Aber es hat doch funktioniert. Hamilton ist ein bisschen näher dran gekommen. Und natürlich keine Chance, irgendwo nur annähernd zu überholen, wenn man zwei fast gleiche Autos hat von der Schnelligkeit her, ist es noch schwieriger. Nachdem er sich bei Mercedes hat, hat man sich dann dazu entschlossen, ja, wie soll ich sagen, Bottas zu opfern. Der WM-Willen, man hat ihn dann immer länger fahren lassen. Runde 24 dann hat er schon gefunkt, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Und dann der Abstand wurde immer kleiner. Und dann, ja, Gasly mit neun Reifen geht an der Lone zu verbeißen und in Runde 28 ist es natürlich schade. Aber ja, in Runde 30 ist dann das passiert, was man wahrscheinlich auch natürlich irgendwann passieren hätte müssen. Bottas hat sich leider in Kurve 11 verbremst und wurde dann leider dann nach Kurve 14 von Verstappen auf Start und Ziel überholt. War klar, dass das irgendwie und irgendwann der Fall sein wird. Dann Runde 40, nein, Blödsinn, 37, nicht sein Tag, Vettel einfach gestern. Natürlich muss man sagen, die Strecke ist echt schwierig zum Überholen, aber es war einfach nicht sein Tag. Wieder ein Dreher in Kurve 3, das gab es bei ihm noch keinen, aber bei ihm dann in dieser Steilkurve hat es ihn weggedreht. Fast Crash mit Bottas, der hat da echt sehr, sehr gut reagiert. Auch der Haas hat echt gut reagiert. Runde 40, kam so ein bisschen die Überraschung, sie holten nochmal Hamilton rein, aber ich frage mich auch, warum? Auf Medium-Reifen, also das hat man sich, glaube ich, auch bei Mercedes nicht so richtig durchdacht. Also mit Medium-Reifen ist es natürlich echt ein bisschen schwierig, bei, keine Ahnung, noch 30 Runden, 32 Runden zu fahren. Verstappen hat natürlich dann auch darauf reagiert, aber der Undercut ist leider fehlgeschlagen. Also Verstappen hat es natürlich vorher wieder rausgeschafft. Der Andercut ist fehlgeschlagen, weil halt, ja wie soll ich sagen, Hamilton im Verkehr stecken geblieben ist. Und das war halt, ja echt nicht so, ja optimal getimt von Mercedes. Da kann man echt Kritik äußern, weil das war dumm. Also das war echt dumm. Die komplette Strategie von sich an viel zu früh angesetzt. Also wenn man das in Runde 50 macht, sage ich, ja das ist eine gute Idee. Man kann dann auch ein bisschen Reifen verheizen, aber dann bis in die letzte Runde zittern, ob sich das überhaupt mit den Reifen ausgeht, ist dann echt nicht sehr gut von Mercedes durchdacht gewesen. Runde 43, Norris ist wirklich 43 Runden lang mit dem gleichen Satz Reifen gefahren, bis er sich dann die neuen geholt hat. 44, Marzipin musste abstellen, ist nichts gegangen mehr. Dann 51, der nächste, No Power, Yuki Tsunoda musste auch abstellen. Also echt alles andere ist gut, seine Season bis jetzt. Dann Pérez geht an Norris vorbei, aber wie er auch sagt, nicht gerade ein besonders faires Überholmanöver, weil in die erste Kurve rein wollte Pérez außen. Norris hat in den Spiegel geguckt und ist dann einfach noch rüber gelenkt. Dann Vorderreifen, Hinterreifen, hätte schlimm ausgehen können, ist es Gott sei Dank nicht. Deswegen, ich will auch keinen Verurteilung oder so. Und nachdem man Bottas wegen den Grip-Problemen, also man hat das dann natürlich so gesagt, er hat Grip verloren und so weiter, war natürlich nur ein Vorwand, dass man genug Polster hat im Fall von, wenn Pérez in die Box gekommen wäre, um nochmal Hamilton die schnellste Rennrunde zu stehlen. Man hat dann auch gesagt, ja, Bottas fahr nicht die schnellste Rennrunde, Hamilton braucht ihr für die WM. Das hat man ihr aber zu spät gesagt und er hat dann noch abgebremst, aber hat leider nicht, er hat es trotzdem gefahren. So schnell war der dann natürlich am Ende. Und ja, die darauf folgende Konstante war natürlich, dass sie dann leider auch Hamilton reinholen mussten und der dann noch auf Rot ging. Natürlich hat er sich in der letzten Rennrunde die schnellste Rennrunde geholt, aber ein bisschen untergegangen in diesen ganzen Turbulenzen ist auch, dass Fernando Alonso, sein Landsmann, Carlos Sainz Junior in den letzten Runden, ich weiß nicht mal genau welcher, überholt hat und sich den sechsten Platz gesichert hat. War natürlich eine mega Leistung und Verstappen hat dann das Rennen vor Hamilton und Bottas gewonnen. Ja, wir kommen ein bisschen, wir gucken uns hier jetzt mal die Platzierungen an. Verstappen vor Hamilton und Bottas, mega gut, alle drei gefahren und die Abstände sind halt echt krass, wenn man sich das ansieht. Bottas sogar 56 Sekunden hinter Verstappen und natürlich, die waren ja nochmal beide in der Box und deswegen ist es auch so hart, aber trotzdem, das sind Zeiten wie in den 80er, 90er Jahren, wo die da überrundet wurden. Dann Schumacher dreimal überrundet, dann alle bis die Top 3 sind überrundet worden und das ist halt eine Macht, weil es aber auch klar, auf so einer Strecke, die schnell ist, war ja auch in Bayern so. So, dann Gasly, Leclerc und Alonso wie gesagt auf 6, zwischen den Ferrari Sainz dahinter. Paris noch 8. Platz geschafft und der Drive-Off-Day geworden, ist aber auch für mich der Drive-Off-Day geworden. O'Connor und Norris, dann Riccardo knapp nicht in... So, dann kommen wir weiter hinten zu Stroll und Vettel, ja, man muss sagen, die ersten Martin waren einfach nicht bei der Musik dabei, also ich habe es gemerkt, die waren einfach auch, ja natürlich teilweise auch ein paar Fehler von Vettel und so weiter, aber trotzdem, das ist glaube ich nicht das Ziel, wo die hinwollen. Die Strecke passt dann auch eher so zu Alfa Tauri und zu den anderen Rennen, aber gehen wir ein bisschen schneller durch Giovinazzi, naja, ja, okay. Dann Kubica, natürlich der Ansprung für Kimi, hat gutes Rennen abgeliefert und ja, ist auch circa auf Augenhöhe mit Giovinazzi gewesen. Latifi, Russell, Schumacher, kann man nicht sagen, ja, Marzipin ein bisschen dumm, aber das ist eigentlich eh Standard, dass die ein bisschen... Mama, Marzipin, wir kennen das Ganze schon. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal zu den Noten. Dann, nein, zuerst gucken wir uns noch den WM-Stand an und da gibt es ein paar Wechsel, unter anderem verliert Hamilton die Weltmeisterschaftsführung gegen Verstappen mit drei Punkten Rückstand, dahinter Bottas, der eigentlich ja nicht mehr bei der Musik dabei ist, der ist über 100 Punkte hinten und ja, der ist dann nicht mehr mit dabei, also es werden wahrscheinlich eh nur mit zwei und den Weltmeistertitel kämpfen können, aber Bottas ringt sich immerhin vor Norris jetzt zurück mit über zehn Punkten vor... nein, blödsinn, neun Punkte Vorsprung. Okay, und dahinter Perez ist gleich geblieben, holt aber ein bisschen auf Norris auf, also die müssen sich da nachachten, die macht die Ferrari, die wechseln nur den Platz, also Sainz geht, Leclerc geht jetzt vor auf Sainz. Gasly macht einen ordentlichen Sprung nach oben, auch ein wichtiger Platz und Riccardo, ja, verliert da Alonso, kommt rein in die Top Ten. Ich glaube, der hat Vettels Platz übernommen, also es ist eine ziemlich, ja, eine ziemlich kuriose Sache und wir kommen zu den Noten, wir fangen natürlich ganz vorne an Max Verstappen, ein Glanz, ja, eigentlich ein fehlerloses Rennen gefahren, das war eine Eins, auf jeden Fall würdig. Hamilton dahinter, auch wenn man vielleicht hier und da eine Strategiefehler gemacht hat, muss ich schon sagen, was der Rennen technisch und auch, wenn man das aufs ganze Wochenende zurückblickt, rausgeholt hat, muss man auch sagen, eine Eins Bottas, auch genauso, also wirklich auch, dass er da die Parole geboten hat gegen die Mercedes-Ansage, finde ich ziemlich genial, Gasly 1 Plus eigentlich, sogar mit dem Alfa Tauri da nach vorne zu fahren, super Leistung, auch Leclerc mega gut gefahren, für mich, ich hätte ihn wie gesagt eher am Podium sogar gesehen, aber da hat an Shannon dann doch die Pace nicht ganz gereicht, auch eine Eins auf jeden Fall, Alonso super gefahren, dass er da sogar noch den Ferrari geholt hat, auch eine Eins. Sainz ein bisschen schwach dieses Wochenende, also wirklich, der hat da echt gut ausgesehen und wenn man sich ansieht, dass Leclerc da echt viel, viel weiter weg war, also locker so 20 Sekunden, muss ich sagen, Sainz für mich nur eine Zwei auf jeden Fall. Dann Perez, auch eine Zwei, weil in Qualifying, er hat es sich ordentlich schwierig gemacht, auch mit den Bremsplatten, also der hätte noch weiter vorne landen können, wenn der vielleicht noch ein bisschen besser gefahren wäre. Ocon ne Zwei, super gefahren, mega. Norris ne Zwei, also der war auch im Qualifying, da war irgendwie nichts, aber auch bei Riccardo ne Zwei, also die McLaren dieses Wochenende echt schwach und ganz besonders echt Riccardo wieder mal, leider, leider, leider. Stroll ne Zwei, Vettel ne Zwei, muss ich echt sagen, weil Vettel einfach richtig, ein richtig schlechtes Wochenende hat, er hat auch beim Qualifying nur 18. geworden und so weiter, also das war nix bei ihm, wirklich, das war echt, ich muss es sagen, scheiße. Dann haben wir Kubica, ne Ernst, ich meine für den Ernst stand da und der hat auch gesagt, die Strecke kannte, er ist das letzte Mal 2003 gefahren und wirklich sehr, sehr kurzfristig haben sie ihn da geholt, also ne Ernst ist auf jeden Fall drin, mein Local Hero, also er ist zwar nicht lokal, aber egal, Latifi ne Zwei, Russell ne Zwei, Schumacher ne Zwei, ja, ich meine, Basic. Auch wenn er da ein bisschen gegen Marzipin einstecken musste oder, ja, besser gesagt, richtig aneinander geraten ist mit ihm und ihn auch gesagt hat, so, wir werden keine Freunde mehr, ist das okay. Vielen Dank fürs Zubuchen, nächstes Mal geht schon wieder in, diese Woche Schüler Race Week, es geht noch Parco di Monza in Italien, Ferrari Heimat, ich würde es natürlich feiern, wenn es ein Ferrari aufs Treppchen schaffen würde, denke ich mir aber nicht, deswegen sage ich mal auf jeden Fall, meine Vorhersage kommt erst gegen das Wochenende hin, abonniert den Channel gern kostenlos, macht kein Däumchen oben da und ja, wir können auf jeden Fall natürlich auch ein bisschen mehr trocken, kam ja auch letztens erst die Prediction, habe ich euch oben verlinkt, schaut auch unbedingt gern vorbei, vielen Dank fürs Zugucken, morgen kommt das nächste Video, auch auf TikTok kommen, werden wir auf ein paar Sachen reagieren, bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao. Outro